Ja, Hallelöhle, Freunde der guten Laune, der besseren Zeitung und willkommen zu The Present, oder besser gesagt, Das Revier. Und nein, ich habe nicht auf meine Hände geguckt und das Ganze übersetzt. Äh, nee, es ist ein, äh, man kann es wirklich vergleichen und so wird es auch betitelt als guter alter GTA-Teil. Nur, dass ihr diesmal der Polizist seid und, ähm, ich finde es mega interessant, die Art und Weise, wie das Ganze gestaltet ist. Also, es ist natürlich jetzt keine Ego-Perspektive, keine direkte Third-Person-Perspektive, sondern so ein bisschen, wie man es von GTA-Stil kennt, von oben. So ein bisschen 3D-Effekt, also ich bin sehr gespannt. Was auch spannend sein könnte, ist natürlich, ob es später für die Konsole herauskommt, denn das Ganze fungiert voll und ganz mit einem Xbox-Controller. Ich habe jetzt mal die Grafik komplett hochgeschraubt, ich hoffe, mein PC macht das mit und wir können uns die wunderbare Grafik hier ein bisschen genehmigen, denn auf Steam, da wo ich die Demo heruntergeladen habe, sieht das Ganze schon sehr interessant aus. Ich würde sagen, wir legen los, ich wünsche euch ganz viel Spaß, bin mal gespannt, wie das Spiel so auf mich abfärbt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Welcome to Avernos City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Avernos' Finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, then there's good guys, and then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every lowlife punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days, most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah. Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the? Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may. I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell. His stellar record. The respect you had for him. His untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last five years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do. Not who we know. I want you to welcome Officer Cordell. But I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell. You're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly. Yeah, boss. The Rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something? I'll alert the media. Ugh. Alright, squad. Let's get out there and make a verno city proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Oh, aber sehr toxisch maskulin hier, war meine Freunde. Oh, Gott. Äh, ja. Wie schön kann man eigentlich irgendwo als Neuling ankommen? Das ist ja auch herrlich. So, verlasse das Revier. Da sind wir auch schon. Also, unser Daddy ist anscheinend ein hohes Tier beim Police Department hier gewesen. Zumindest kennen ihn alle. Und der ist verstorben. Ey, das ist schon süß gemacht. Also, drehen können wir natürlich. Wir können auch ein bisschen die Kamera hochstellen, dass es ein bisschen weiter oberhalb ist. Aber das ist schon süß gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen dazu, cool ist es schon. So die Optik an sich. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, cool wäre es halt irgendwie mal so ein Spiel zu haben, so richtig schön dreckig. Auch gerne hier in den 80er Jahren, wo das Spiel auch spielt. Ähm, aber als Ego-Shooter, beziehungsweise als Third Person. Das wäre schon geil. Ah, okay, gut. Also, wir können auch hier mit denen reden. So, wir gucken uns erstmal jetzt die Straßen hier an. Okay. Achso, relativ nahtloser Übergang, das geht ja auch. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, äh, you can drive. My hips been acting up lately. Oh, and, uh, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just cause they don't have my natural good looks and winning personality. Okay. Ja, es hat schon so ein bisschen diesen Charme von GTA, wie es meistens immer so ein bisschen anfängt. Wie gesagt, äh, vor allem noch mal ganz kurz, Pre-Alpha-Version, Work in Progress. Also, falls ihr irgendwas sehen, zum Beispiel hier, äh, wenn das manchmal hier so ein bisschen komisch kippt oder so. Äh, das ist dann auch relativ normal. So, unser Fahrzeug. Geil, aber ist schon geil gemacht, ey. Oh, ein Unfall. Äh. Okay, gut, die regeln jetzt wahrscheinlich hier auf dem Parkplatz oder so. Gut. Oh, nee, das wollte ich nicht machen. So. Okay, Sirene anmachen. Alles klar. Vorsicht! Polizei! Ich hab einen dringenden Einsatz. Nee. Oh, schön. Ich musste die Grafik, ehrlich gesagt, wirklich runterschrauben, wa? Also, es sieht immer noch bahnbrechend schön aus. Der Stil ist schon ziemlich geil. Oh. Warte mal. Ja, wir haben Einsatz! Einsatz! Ähm. Aber ich musste es echt runterschrauben, wa? Damit es einigermaßen flüssig läuft, also. Aber man merkt auch, die Details, die sind schon richtig krass. Das ist schon schön gemacht. So. So. Ich weiß nicht, ob die Musik mir irgendwie hier meine kleinen Einnahmen, äh, versaubeuteln wird. Aber ich denk mal schon. So. Nee. Herrlich. So. Boah. Good job, Rookie. Time for some chat. Gott. Ohne Führerschein, wa? Müssen wir da rein? Okay. Achso. Nee. Wo müssen wir hin? Äh, äh, äh. Kauf einen Hotdog. Von wo denn? Hotdog. Da gibt's Hotdog. Nee. Da. Wo geh ich denn hin? Sprinten können wir auch. Oh, was war das denn? Achso. Während der Ausbildung. Äh, Ausbildung ist Hotdog kaufen. Ah. 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 Einmal mit allem. Nur mit Ketchup bitte. Alles außer Wurst. Da wären wir aber richtig, ich sag mal auf gut Deutsch gefickt. Äh. Einmal mit allem. Was ist das? Ah. 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 The best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, you're old man like this dog too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the forest though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say. Water finds its level. And my level is, uh, cheesy mode. Aber bestimmt nicht, als du mein Fahrt hier umge... ...fragt hast. Oh. Scheiße. Oh, Taschenlapp haben wir sogar. Können wir die Taschenlappe wieder ausschalten? Äh, wie sche... Egal. Genau, die Sirene. Halt dich fest! Nimm eine Abkürzung! Oh, verdammt. Äh, alles gut. Ja, ja. Vorsicht! Einfach alles mit dem hier. So. Wo ist die Handbremse? Egal. So, wir sind da. Was ist hier los? Was ist das hier in Radau? So, ich geh rein. Sind wir schon da? Okay, ich geh einfach rein. Okay, ich geh doch nicht rein. Oh, 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 oh. Sprit. Da. Zum Sensor. So. So. Wir sind da. Gut. Äh, zielen, schießen, nachladen. Okay. Äh. Aber wie zieh ich nochmal die Waffe? Nee. Taschenlappe. Geil. Ja, ich weiß, wie viel Taschenlappe ist. So, in Deckung gehen. Now remember, they get one warning. They don't throw them down? We take them down. Ja. Get ready. Police! Freeze! Äh. Äh, ich hab ne Taschenlappe. Weg mit den Waffen, ich hab ne Taschenlappe. Oh, fuck. Äh. Die. Achter. Jetzt, äh. Okay. Bep, 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 bep. Okay, jetzt sind wir den hier. Okay. Alles gut. Sehr gut. Boah. Jetzt schreit er nach den ersten Orden hier. Central. Suspect is neutralized. Verwende immer ein angemessenes Maß an Gewalt, Alter. Ich hab sie erschossen. Oh, 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 oh. Ah. Äh. Okay. Ach, krass. Also, ein bisschen kannst du auch mit dem rechten Stick hier hochholen. Guck. Also, ein bisschen hochziehst, glaub ich zumindest das mal. Er ist schreit. Naja, mehr oder weniger. Er ist da, ja. Sehr gut. Jetzt aber. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hör da her! Oh, ist aber sehr langsam. So, dann rammelt jetzt hier. Oh. Rufeverstärkung, wenn du sie brauchst. Verdienst, Unterstützungsmarke. Okay, Unterstützung an frei. Äh. Äh. Ja, und nun? So, ich hoffe, wie ist das noch? Ach, jetzt kommen wir. Wo ist er denn? Oh, fuck. Verdammt, ich bin rübergefahren. Ach. Ja, ja. Kann er ja gerne machen. Scheiße. Weg da! Scheiß Taxi. Ah, ah. Hinterher. Vorsicht! Oh, verdammt. Ja, genau. Watch out! Oh, verdammt. Vorsicht! Ich hab nicht mehr... Ja, du, ich hab jetzt hier schwer zu tun. Verdammte Scheiße. Ja, ich wär auch close. Und deine Mutter. Verdammt, Scheiße. Der fährt, der fährt, der fährt wie, wie ein junger Gott, wa? Der weiß genau, was er machen muss. Okay, warte. Äh. Vorsicht, ich greife einfach durch... Ah! Ah! Hoppla! Scheiße, Alter, reines Chaos hier. Leichenberge voll Menschen. Wo ist denn unsere Unterstützung immer so Brauch? Verdammt! Hinterher! Ach, da ist die Unterschützung. Alter, das regelt aber auch doll, wa? Ja, ja, ich geh ja schon close. Wir haben ihn gleich. Nachladen! Samain! Oh, what? Was? Ah! Ergibst du dich, oder was? Ist mir egal! Oh! Au! Ah! Alles gut? Okay. Äh. Kumpel. Okay, Ecklaufer. Scheiße, ist er weit. Oh, der kann ja sogar klettern. Krass. Hier, zack. Pfff. Aber ich muss es geschafft haben, oder? Oh Gott, wir können aber nicht lange rennen. So. Ach. Gut. Wo soll ich jetzt hin? Ich finde, diese alten Pudeln, diese Reviere hier in Amerika, die haben so viel Charme, wa? Äh. Gehe, ich gehe zum Asservatenkammer. Ja, leck mich, wo ist die denn? Hier. Pio. Gefängnis. Amory Locker. Verhör. Okay. Soll ich dich jetzt suchen oder was? Kloß. Ach hier. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Goodell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive my hip hurts routine on you yet? Hey. Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job is to know where everything is. Which basically means tracking down whatever you humps, misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, uh, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Ja. Das war doch ein erfolgreicher Tag gewesen, Freunde. Ben, deine Schicht an deinen Schreibtisch. Du, ich würde jetzt auch mal hier erstmal Pause machen. Also, ich bin echt entzückt davon, was wir hier vor uns finden. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich bin mal gespannt, ob wir natürlich bei Tag auch irgendwie Streife fahren und nicht nur bei Nacht. Das wäre auf alle Fälle eine schöne Sache. Würde den Ganzen irgendwie auch was Schamhaftes geben. Aber man muss sagen, ich habe ja eingangs erwähnt, das Third Person wäre eine geile Sache. Muss man nicht unbedingt haben. Das hat einfach für sich seinen eigenen Charme. Und wie gesagt, wie in GTA, wir können einfach alles zerstören. Freunde, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr es fandet. Gibt einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, ganz egal. Und für all diejenigen, die es gerne auf dem PC mal nachspielen wollen, Link ist in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, vielleicht können wir davon auch mal bald schwärmen, dass es für die Konsolen rauskommt. Zumindest vielleicht für die Playstation. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi Kowski. So, jetzt Feierabend hier.